Ja, das A und O der Elektromobilität. Ja, meine Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Ganz kurze Info. Das A und O der Elektromobilität ist ein ganz, ganz tolles Buch aus dem Buch- und Bildverlag des Autors und auch Verlegers Hajo Schörle. Er, Hajo, hat mehrere Bücher wie dieses sehr handlich, sehr informativ und vor allen Dingen auch ganz schöne Darstellungen leicht und einfach zu verstehen. In seinem Verlag, entsprechend dem Buch- und Bildverlag, ja, führt er diese Bücher. Ich wollte euch hier einmal dieses kleine Buch, das A und O der Elektromobilität heißt es, mal vorschlagen. Das gibt es jetzt hier in der, ja, kann man sagen, dritten Neuauflage dann entsprechend. Das wird immer wieder von ihm überarbeitet, weil es ist ja klar, es gibt immer wieder aktuelleren Content. Die Entwicklungen sind ja heutzutage sehr, sehr schnelllebig und auch hier hat Hajo in den letzten Jahren auch sein Info-Heft hier, sein Kompaktes immer wieder verbessert. Ja, ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn ja, ihr könnt euch das mal anschauen. Ich blende euch mal die Webseite ein. Hier könnt ihr die Bücher in seinem Shop-System mal bestellen. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr dieses Buch auch ergänzen mit vielen weiteren Büchern, die natürlich teilweise auch umfangreicher sind, aber auch teilweise relativ schön gemacht, zum Beispiel für Kinder oder andere Menschen, die einfach auch mal sich für Themen, wie zum Beispiel die Technik, was Solar betrifft, zum Beispiel auch interessieren, wenn ihr da Lust habt. So, und ganz am Ende für alle meine Neo-Electrics-Fans, sag jetzt mal, aber auch vor allem meine Partner, habe ich hier auch noch eine weitere Möglichkeit sogar, auch hier wieder mal zu sparen. Wenn ihr sagt, ich hätte gern auch so ein Buch für meine Auslage, zum Beispiel im Geschäft, zum Beispiel, wenn ihr einen Elektroinstallationsbetrieb habt, Solateur seid oder auch nur ein Autohaus, wo für den Kinderbereich ein schönes Malbuch braucht, dann würde ich vorschlagen, dann schreibt mich bitte an, entsprechend daniel.weishaupt.neo-electrics.de, schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr sagt, würde mich auch interessieren, hier mit einer größeren Auflage so ein Buch zu bestellen, denn er kann dann entsprechend auch die Logos und einen Eindruck von eurer Firma dann auch hier machen und natürlich gibt es Staffelpreise. Wenn ihr da Interesse habt an, ja, sehr günstigen Konditionen, weil ihr sagt, Mensch, da würde ich mir gleich 50, 100 oder vielleicht noch mehr solcher Bücher dann entsprechend mit meinem eigenen Logo dann mal in den Schauraum in die Theke oder auf die Theke ins Geschäft legen oder mir einfach mal, weil so wie ich jetzt Berater bin, sowas auch mal ins Auto legen, falls jemand da ein paar Fragen hat. Das hinterlässt sicherlich einen sehr, sehr guten Eindruck bei euren Kunden, Freunden, Bekannten, wie auch immer. Ja, wenn ihr da Interesse habt für Bücher wie das A und O der Elektromobilität in größerer Stückzahl entsprechend, dann schreibt mich bitte an. Ich gebe das dann weiter an Hajo, er wird euch dann ein Angebot dann entsprechend machen können, dann für diesen, ja, Aufdruck dann entsprechend, also ich denke, da wird ein sehr günstiges Angebot auch für euch rauskommen. Schreibt mich bitte an, an daniel.weishaupt at neo-electrics.de. Ich würde mich freuen. Ja, das war es auch schon und bis bald wieder, euer Daniel.